Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Webseitenmedia. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Word die Größe von Bildern gleichsetzen könnt. Ich habe hier bereits zwei Bilder mit verschiedener Größe eingefügt und die Größe dieser Bilder wollen wir jetzt angleichen. Um das zu machen, müssen wir die Bilder zunächst vorbereiten, das heißt wir müssen die Layout-Optionen der Bilder ändern. Und zwar geht das folgendermaßen, wenn wir auf die Bilder draufklicken, dann erscheint hier rechts neben so einem Bild der Button für die Layout-Optionen. Alternativ findet ihr diese auch im Reiter Format auf dem Button Text-Umbruch. Also hier sind die gleichen Optionen. Ja, wenn ich auf diesen Button draufklicke, dann kann ich hier eben im Bereich mit Text-Umbruch irgendeine beliebige Auswahl treffen, zum Beispiel mit Text oben und unten. Wichtig ist nur, dass nicht die Vorauswahl eingestellt ist, also nicht mit Text in Zeile. Das darf nicht drin sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also einfach hier irgendwas von mit Text-Umbruch auswählen, zum Beispiel oben und unten. Ja, das mache ich mit dem zweiten Bild dann auch. Ich klicke hier wieder auf die Layout-Optionen, dann mit Text oben und unten. So, nun kann ich beide Bilder markieren. Also ich wähle zunächst mal das erste Bild aus, halte auf meiner Tastatur die Taste Steuerung gedrückt und klicke dann auf das zweite Bild. Dann sind beide Bilder markiert. Jetzt gehe ich auf den Reiter Format und kann dann hier eben entweder eine Höhe oder eine Breite wählen. Nehmen wir an, ich wähle die Breite 5 cm, dann gebe ich 5 ein, drücke Enter und dann haben eben beide Bilder die Breite 5 cm. Die Höhe wird dann automatisch aufgrund des Seitenverhältnisses der Bilder angepasst. Ich kann natürlich auch die Höhe von 10 cm vorgeben, dann wird die Breite automatisch angepasst. Auf jeden Fall haben so dann alle Bilder die gleiche Höhe oder Breite. Und falls die Bilder natürlich das gleiche Seitenverhältnis haben, haben sie sowohl die gleiche Höhe als auch die gleiche Breite. Ja und das war es auch schon. Falls ihr das Video hilfreich fandet, schreibt es doch bitte in die Kommentare, gebt mir Feedback und lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.